So, wir warten jetzt für, äh, for more players, waiting for more players, ähm, ja, ähm, auf, nicht für, genau, warten auf andere Spieler, so muss das ja, heißt das ja dann auf Deutsch, und dann hoffen wir doch mal, dass ich diesmal jetzt besser hinkriege als gerade eben. Hm, oh, kacke, ja, Wurf war Mist, ähm, da hat ich noch, da hat ich noch nicht eingesehen, uh, okay, äh, das war, hm, ja, blöde Sache, wie sagt er, die Killcam ausgemacht, hm, Scherzkeks. Okay, dich kriege ich. Ha! Nein, verdammt, er hat extrem starke Waffe. Ich hab ihn öfter getroffen, als er mich würde ich tippen. Warte, das ist ein Hüfeblitzig, Gewitter. Hm, schon vorbei. Na dann. Irgendwie darf sie hier dann doch nicht zielen. Also in manchen Situationen sollst du ziehen, und in manchen nicht. Ob man da ziehen sollte? Ich würde gerne mal wissen, wie viel Kugeln der auf mich abgefeuert hat. Nur einfach mal... Was ist das dann? Guck drunter auf den Boden. Wollt er sich tarnen, oder wie? Jetzt leckt gerade das Spiel ein bisschen. Sowieso auch immer. Bei meinem Computer dürfte es ja eigentlich nicht liegen. Autsch. 4-0-5 und ich bin der Beste in meinem Team. Kacke, ich will eine Kind Killcam. Ich will eine verdammte Killcam. Die können doch gar nicht so lange übernehmen. Okay, da hoch sollte ich nicht erwarten. Zwei Scharfschützen. Dämliche Säcke. Wie kann das sein, verdammt? Man sieht doch da gar nicht die Schüsse, die der abgibt. Ey. Okay. Dämlicher Idiot, verspät er mir die Sicht. Nicht im Ernst. Die laufen mit zwei Leuten in unserer Base rum. Wie kann das sein? Da muss doch irgendwas faul sein. Das geht einfach nicht. Immerhin töten Granaten die noch. So. So. Na, ist so eine Kacke. Ich hätte nachladen sollen. What the fuck? Wie? Wie funktioniert das, Mann? Die müssen noch Gewehre haben mit einer Power von... Keine Ahnung, 250 oder so. Oben rennt einer rum. Aha. Das hat er vor. Moment. Ich lad nochmal nach. Ha. Idiot. Dabei darf man sich nicht erwischen lassen. Was? Oh, oh. Okay. Aber jetzt. 8, 4, 13. Das ist so krass. Das ist einfach nur extrem krass. Das ist so krass. Nice job. Mich hat doch keiner erwischt gehabt bis dahin. Ich will eine blöde Killcam. Wie kann das sein, dass die mit... 4, 5, 6 Schüssen einen da... ...alle perfekt treffen und dann einen wegkloppen? So. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Kontakt. Ja. Die sterben nämlich nicht. Wenn ich da so auf die schieße, sterben die nicht. Klasse. Das war jetzt auch ein scheiß Beispiel. Ich hätte weiter hinten bleiben sollen. Das war jetzt auch eine AK-103. Oh Gott, verziehen die. Aber das funktioniert nicht wirklich. Ach du Kacke. Wie stark ist die denn bitte? Jetzt hätte ich gerne Killcam, um zu sehen, wie stark die in Wirklichkeit ist. Das war ein Mist. Worauf hat er geschossen? Warte, dann ist Snipe. So, na also. Es klappt doch. Was schießen die? Ja, okay. Ich hatte da wohl ein bisschen wenig Leben. Aber ansonsten... 13-6-7. Das wird schon mal besser. Aber nicht gut. Nicht im Ernst. Was soll ich denn mit so einer Waffe hinstellen? Wenn man nicht laufen kann, kannst du nicht. Wenn man nicht schießen, kannst du nicht. Deckung. Irgendwo da in die Richtung. Und die mal da um da hin. Oh, oh. Mein Gott. Irgendwann müssen die doch auch mal drauf gehen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt noch mal zwei Assists dazu. Master Assist. Ja, zweiter Assist. Ja, zweiter Assist. Sehr schön. Ja, den hab ich jetzt auch mal. Nach langem draufballern. Was für ein Glück. Gerade ein Headshot. Hm. Hm. Nein. Oh, Kacke. Da kam ja einer von der Seite an. Der müsste irgendwo da in der Mitte rumrennen. Habe ich den da getroffen haben? Hm. Scheint fast so. Uh. Das war aber Glück. Der muss wenig Leben gehabt haben. Auf jeden Fall mal weniger. Wow. Was. Kein Glück. Wow. Also im Moment läuft's gerade. Wow. Run, run, run. Ich bräuchte Medic. Medic? Gibt's nicht. So eine Kacke. Okay, ich hab ein Assist dafür bekommen. Vier hab ich nicht mehr. Also keine Granaten mehr. Ah, das war klar. Ich hatte ja eben nur noch so viel Leben. Da hätte auch... Keine Ahnung. Der hätte mir mit einer Granate an den Fuß werfen können. Da wäre ich auch... Nicht durch die Explosion, sondern durch den Aufrei gestorben. Da oben hängt einer rum. Den wollen wir nicht. Woo. So, ein scheiß Blick muss man erst mal haben. Wow. Okay. Jetzt weiß ich, wie's bei den anderen läuft. Aber... Wow, ich bin sogar noch besser geworden als... Wow.